Ich weiß nicht, ob mir das was bringt jetzt. Kann ich mir denn eine Spritze geben? Ja, wenn ich rausgehe. Das ist ein sehr guter Plan. Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Was soll das denn jetzt für eine Scheiß? Warum gehst du denn raus? Was soll das denn? Ich verstehe nicht, warum der gerade rausgegangen ist. Was sollte der Blödsinn nennen? Ins Auge hat er das Ding gekriegt. Sehr gut. Wäre natürlich cool, wenn er jetzt nichts mehr suchen könnte, weil er das Ding ins Auge gekriegt hat. Ich würde mich ja kaputt lachen. Doch nicht, der kann immer noch suchen. Das ist aber auch gemein. Ich habe den da Ding noch genau ins Auge verpasst. Ne, lass mal lieber. Wenn ich jetzt was wechseln, dann kletter ich hier raus und dann... ...habe ich den Typ sofort wieder in der Backe. Geh weiter. Nein. Bitte nicht. Geh weiter. Geh weiter. Ach Quatsch, da wollte ich ja gar nicht. Ich wollte raus hier. Ich mach das jetzt anders. Ich werde mir jetzt mal... ...das Ding reinpfeifen. Jetzt kann ich eh nichts machen im Moment. Dass er mich trotzdem kriegt, ne? Danke. Moment. Eine habe ich noch. Wir machen das noch anders. Gebt mir die mal. Nein, nicht nochmal draufrücken. Also kann ich nämlich hier schnell abhauen. Ich warte, ich habe Zeit. Komm zu, Daddy. Okay. 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 Und jetzt wort ihr etwas anderes? Und jetzt decentral which to you, Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Oh, da liegt noch eine Kiste. Was ist denn, wenn ich ihm gleich eine Granate verpasse? Wenn er hier vorbeiläuft, dann geht er ja nach da. Vielleicht habe ich dann eine Chance, ihm eine Granate ins Höschen zu werfen. Äh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier, komm, spiel damit. Was lag denn da noch? Ah, Munition. Okay. Er kommt, er kommt, ich höre es schon. Nein. Geh weiter. Nein. Er hat mich gesehen. Habe ich eigentlich noch welche von denen? Ja, einen habe ich noch. Die werde ich jetzt auch mal in den Nacken ballern. Hat er nicht getroffen? Da muss er da irgendwo kleben. Ich sage nicht, jetzt hat der Penner mich auch noch gesehen. Hängt der da gerade fest? Ich glaube, der kommt nicht hier hin. Das ist ja lustig. Die Gelegenheit nutze ich doch dann mal aus, ne? Schnell nachladen. Dann sagt er mal ein Scharfschützengewehr. Schön, dass er gerade nicht hier durchkommt. Ein Vorteil für mich. Das ist natürlich nur Blöd, weil ich nicht weiß, auf welches ich jetzt schießen muss. Habe ich nicht was Stärkeres gerade? Das ist ja interessant, dass er da gerade echt nicht rauskommt. Ich baller einfach mal alles rein, weil ich habe. Gehen wir mal kurz Licht an. Was haben wir denn hier noch? Nur Suppe? Das wäre da echt fest, ich denke. So, der Kopf ist weg. Ist der noch irgendwo ein Kopf? Die Gelegenheit, die nutze ich doch jetzt aus, Leute. Da könnt ihr mir jetzt sehen, was ihr wollt. Nein. Aber irgendwie scheint er nicht kaputt zu gehen. Hängt er einfach nur fest. Mehr nicht. Kannst du drauf ballern, wie du willst. Da tut sich nichts. Ich glaube, wir haben gerade einen richtig dicken Bug. Hier gibt es auch nirgends wo mehr Munition. Ich gucke mich nochmal ein bisschen um, ob ich hier noch was finde. Weil sonst bringt uns das ja überhaupt nichts. Dann haben wir noch ein bisschen Suppe. Dann haben wir noch einen Schockbolzen. Die kann ich natürlich auch benutzen. Die kann ich natürlich auch benutzen. Das wäre natürlich jetzt auch nicht das Problem. Dann ist der da. Ah, da ist noch eine Kiste. Ein bisschen was zum Basteln. Was haben wir denn da noch drin? Auch noch ein bisschen Scharfschützen-Munition. Und das war's dann. Dann haben wir alles abgegrast hier. Der hängt da wirklich fest. Was habe ich denn sonst noch im Angebot? Ich verballe einfach mal alles. Ist ja egal. Um noch das Scharfschützen. So, die ist leer. Da haben wir nichts mehr. Kannst du vergessen. Der ist jetzt voll verbuggt. Komm, wir laufen nochmal rein. Töte uns. Der tötet uns noch niemals. Was war das denn? Hallo, willst du mich mal töten? Töte mich. Ja, und wie töte ich mich jetzt? Ah, ich könnte mich verbrennen. Das ist natürlich jetzt auch... Kannst du ihn nicht töten und er kann dich nicht töten. Das ist ja vielleicht lustig. Ja, da muss ich wohl mal kurz laden. Das war ja blöd. Zwar, wenn's geklappt hätte, werde ich mich natürlich nicht beschwert. Dann wäre ich ja auch schon blöd. Nein, du möchtest mein Auto nicht kaputt machen. Weiche von mir, Satan. Genau, geh. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Friss das. Shit, ich wollte gerade rausrennen Hat ja super funktioniert, ne? Shit, rennen Du willst nicht auf das Auto Äh Ich muss warten bis der einmal weg ist, ich muss mir nämlich mal ne Ein Mediket muss ich mir mal verpassen Komm, hau ab da Gehen sie mit Gott, aber gehen sie So schnell raus da Ich muss mal gucken, ich muss mich mal irgendwo in Sicherheit bringen Da sehe ich nix Hä Das bringt mir zwar nicht viel Nehm ich auch mit Nehm ich auch mit Jetzt verpasse ich mir den mal eben Problem, ich bin da jetzt momentan angreifbar Das ist das Problem Jetzt geht's wieder Ich weiß ja nicht, wenn der kommt, wo der hingeht Okay Okay Nein Lass mich in Ruhe Am besten du gehst nach hinten an die Wand Dann schenke ich dir ne Granate Da hast du was zum Spielen Oder du haust ganz ab Aber das machst du nicht, dann schenke ich dir die Komm hier nimm, spiel Komm hier raus Komm hier raus Komm hier raus Komm All right Jetzt ist er wieder sauer. Oh, er verwandelt sich. Ich glaube, der steht neben mir, kann das sein. Nein, das gibt's doch nicht.